Schwer für mich damit klar zu kommen, ich habe auch jetzt, wo mein Leben hier in Österreich eigentlich so, ja, schon perfekt sein kann, aber da fehlt was, ne, bei mir, mein Kind halt und ich spiele auch noch immer mit Selbstmordgedanken, wenn ich mich in irgendwie einer Lage fühle, wo ich gerade schlecht drauf bin oder so, ja, immer ein bisschen schwierig, obwohl ich Anwältin bin sogar, ich verdiene eigentlich ganz gut. Du bist Anwältin? Ich bin Anwältin, ja, also, naja, nicht ganz, also ich bin noch, naja. Du hast Jura studiert? Ja. Und du bist mit 22 schon Anwältin? Nein, ich bin keine feste Anwältin. Also du bist noch im Studium, oder was? Genau, ich bin noch im Studium, ja. Ach so. Genau, also das dauert noch ein bisschen, glaube ich. Ja, weil du gesagt hast, ich habe eine Ausbildung gemacht, was war das für eine Ausbildung? Also, hast du schon mal Pipi oder Kacke gefressen? Das ist lustig, ne? Domi, du kleine Pipi. Hast du schon mal Pipi oder Kacke gefressen? Das ist lustig, ne? Domi, du kleine Pipi.